Die steirische FPÖ kommt einfach nicht zur Ruhe. Nur einen Tag bevor sie die Grazer Stadtpartei nach der Auflösung quasi neu gründen wollte und Alex Kasecker zum neuen Chef gewählt werden sollte, gab es die nächste Hiobsbotschaft. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt macht nun nämlich ernst und hat beim steirischen Landtag die Auslieferung von Landesparteichef Mario Kunasek beantragt. Laut Staatsanwaltschaft steht der ehemalige Verteidigungsminister jedenfalls in Verdacht, sich im Zuge des Finanzskandals der Grazer Stadtpartei des Förderungsmissbrauchs, der Veruntreuung und Untreue schuldig gemacht zu haben. Kunasek hatte immer seine Unschuld beteuert. Dass wir nicht an einer Aufklärung interessiert sein sollen, entbehrt er dem logischen Hausverstand und ist schlicht unwahr, stellte er auch vor wenigen Wochen in einem KRONE-Interview klar. Noch ist das Schriftstück aus Klagenfurt nicht im Grazer Landhaus eingelangt. Wenn das Schreiben dann kommt, wird es dem Verfassungsausschuss zugewiesen, berichtet der steirische Landtagsdirektor. Dort wird dann über eine Auslieferung Kunasek entschieden. Die folgende Abstimmung im Landtag hält sich nämlich an die Empfehlung des Ausschusses. Obmann des Verfassungsausschusses ist übrigens ÖVP-Mandat Lukas Schnitzer, sein Stellvertreter ist SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz.